Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Tree Jump oder Trijump. Ich weiß doch nicht, wie ich das aussprechen werde. Und vorab als Info, Jumle Agua gibt's bestimmt auch nochmal irgendwann. Ich will jetzt aber erstmal das hier ein bisschen spielen und gucken, was so abgeht. Aber keine Angst, irgendwann kommt bestimmt wieder was. So vom Ding her unterscheiden die sich ja schon. Auch vom Gefühl her, ich weiß nicht, das ist ein ganz, ganz anderes Spielgefühl einfach. Findet er nicht, weil da gibt's tolle Gesten und hier gibt's keine. Hier darf ich nicht runterfallen, bei Jumle Agua schon. Alter ey, das ist so ein Stress, dass man hier einfach keine Fehler machen darf. Noch schlimmer wär's, wenn es schon nach dem ersten Mal runterfallen Konsequenzen geben würde. Aber das wär ein bisschen sehr krass. Da bin ich schon froh, dass es das nicht gibt. Alter, alter Faller. Nein, ich bin viel zu früh. Ach, scheiße. Komm, oh, äh. Nein, ach man. Bitte, ich will schürfen. Ja, okay. Äh, ich glaub, das geht nicht. Ja, okay, okay. Keine Ahnung, ob das geht. Hauptsache, ich hab's geschafft. Nice. Oh, ja, der Versuch war auch gut. Das war bisher der geilste Versuch, den ich hatte. Allgemein gesehen. Oh, hä? Was war das denn jetzt für ein kurzes Modul? Alter. Das ist ja richtig krass. Bitte. Nein. Oh, ich hätt nicht bitte sagen dürfen. Ohne hätt ich's bestimmt hingekriegt. Hallo? Okay. Komischer Sprung. Oh. Alter. Nein. Oh. Noch ein Versuch. Scheiße. Okay. Ich hasse mich. Na, egal. Jetzt wird ja alles wieder easy. Ne? Mann. Warum? Bisschen Geduld. Ich hab's da schon. Jetzt ist da ne Leiter. Oh, Mann. Da bin ich leicht kleben geblieben. Versteh aber auch nicht, warum da nicht einfach die Töpfe entfernt werden, wenn ich hier schon 30 Mal runterfalle. Hä? Ach, Mann. Warte, Leute. Ich schaff das. Sofort. Wie wär's denn mal, wenn ich auch springen könnte oder würde? Das ist immer ne Option. Ah, okay. Und? Ja. Alter. Hui. Und? Geschafft. Was ist das denn? Ja. Geil. Ich bin... Oh Gott, das ist immer so dumm. Sag mal, willst du mich gerade pranken? Gibt's hier irgendeine... So kann man da stehen bleiben, ne? Willst du mich eigentlich verarschen? Das waren jetzt mal ne drei Versuche. Hä? Äh, was für ein komisches Modul. Äh, was für ein komisches Modul. Äh, alter Fader. Wartet. Jetzt schaff ich's. Ja, sorry, ja. Bin echt gut. Und? Und? Hä? Wäre natürlich toll gewesen, wenn ich das gerade so geil hinbekommen hätte. Aber, ne? Muss ja nicht sein. Junge. Nein, nein, nein. Ich bin... Och. Das hab ich noch von Jumle Agur drin. Oh, ich fall runter. Ich kann einfach direkt weiter reinspringen. Ohne Probleme. Und genau das ist der Irrtum. Wow. Wow. Ja, in dem Modul bin ich auch sehr weit gekommen. Ey, das ist so ein Kontrast, ne? Ob man das jetzt schnell schafft. Oder halt... Äh, ob die Leute... Und man den Leuten jetzt richtig viel Zeit lässt. Auch ein paar Module hinzukriegen. Denn ich glaube... Das wird auch vom Equipment her... Ne ganz andere Geschichte... Als in meinem ersten Part. Warte. So. Bin ich eigentlich der... Ja, ich bin der, der gerade so abgeht. Lol. Seht ihr das? Ich bin bei 88. Und die anderen bei 50. Das, ähm... Ist ein Indiz dafür, dass ich schon wieder mal... In der Maschine bin. Ja, klar. Nice. Ist das scheiße. Wow. Okay. Jetzt will ich es aber echt einfach haben. Ja, genau das. Das ist da mal... Ein schönes Modul. Und... Oh, ey. Krass. Okay. Ja, ich schaff's. Ja. Ja. Das war auch gar nicht knapp. Nee. Und... Hui. Komm. Oh. Alter, jetzt gleich kommt noch der andere Assi-Sprung. Oder? Wurde der verändert? War der schon immer so einfach? Ich weiß es nicht, Leute. Können wir gerne mal... in die Kommentare... Ah, das war falsch. Genau. Ich glaube, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Beim letzten Mal. Oh, shit. Mann. Ja, ja. 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 Ho, 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 ho. Ja, geil, Alter. Jetzt müsste ich... einen richtigen Equip-Vorteil haben. Oh, geil. Und sie schreiben alle GG, weil ich so krass bin. Krasse... Krasse Sache. So, was holen wir denn? Einen Bogen natürlich. So, aber... Zuallererst... Zack. Ha! Schärfer Rückstoß. Wow. Und... Schärfer Rückstoß 2. Wow. Such impressive. Mach wow. Dann Spezial. Extra Herz. Äh... Ich sollte mir vielleicht mal ein paar Pfeile holen. Genau. Nahrung. Drei. Soll ich? Nee. Das lohnt sich nicht. So, ne Angel, das kann ich mir auch nicht leisten. Ich hab das Gefühl, ich hab irgendwas gravierendes vergessen. Ah, egal. 20 Pfeile kann man mal machen, ne? TNT. Ich sollte das nächste Mal mal auf TNT gehen. Das ist bestimmt auch lustig. Na gut. Dann bin ich mal gespannt. Oh, es geht los, oder? Ja, ja, es geht los. Ja, Alter. Ja, ja, ja. Komm. Hallo. Hey, du bist ja AFK. Du bist ja ein AFK, ne? Ja, toll. Oh, er ist tot. Alter, ich hab ihn... Ich hab ihn gerackt. Und den auch mit meinem Geist. Oh. Ach, was willst du denn von mir, Junge? Komm mal drauf. Klar. Hallo? Ja, eben. Wollte schon sagen, Alter. Was war das denn für ein komischer Typ? Das ist so eine kleine Arena. Richtig krass. Hallo? Na? Oh. Ey, was hat man denn für einen Equip-Vorteil? Das ist ja richtig eklig. Bin ein bisschen OP. Aber nur ein kleines bisschen. Warte. Ich rette dich. Hä? Ist er jetzt gestorben? Ne. Hä? Oder ist er da jetzt gespor... Boah, ich hab leider den Sound ein bisschen leise. Deswegen hab ich gerade gar nichts gehört. Es sah jetzt aber eher da noch aus, als wenn... Äh... Der da gerade noch nicht gestorben wäre. Aua. Okay. Oh. Au. Nein. Nein, 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 nein. Das darf nicht passieren. Nein, ich bin der Beste doch, oder? Bin ich... Ja, ich bin der Beste. Heuer. Junge. Okay, weißt du was? Nö. Nö. Ich bin nicht rein. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin weg. Ich bin weg. Du hast gewonnen. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Haben. Haben. Das hab ich noch gehört. Na komm. Hä? Soll ich dir das irgendwas bringen würde? Die Stein in der Ecke zu verkriechen? Oh Gott. Jetzt bin ich in der Ecke. Wow. Alter. Ich bin ja... Ich bin ja richtig am Abrätschen. Bitte nein. Oh, danke. Okay. Ja, ich hab's geschafft. Da ist der Letzte. Okay. Äh, damit hast du nicht gerechnet, ne? Hä? Alter. Was ist eine Maschine? Hä? Was machst du jetzt? Hä? Oh. Komm. Bitte. Oh, was? Na komm. Ich krieg dich. Du bist ja so ein Opfer, Alter. Alter, was war das für eine Runde? Was war das denn für eine Zerstörer-Runde? Also, ich find... Das macht schon ziemlich viel Spaß. GG und dann so ein Heul-Smiley. Ach, Mann. Ach, guck mal. Hey und willkommen. Ah? Okay. Tolle Sache. Coins, 400. Kann ich mir was... Hallo? Kann ich mir was kaufen? Ja, kann ich. Meine erste Kiste. Ah. Verschlüssel. Ja. Bitte. Bitte. Ich will... Ich will exklusiv. Legendär. Was ist denn das Beste? Legendär? Selten? Oh, Mann. Normal. Als ob ich jetzt... Wow. Wow. Ich hab ein Strohbein bekommen. Ja. Hat sich gelohnt. Oh, mein Gott, ey. Was für ein Scheiß-Item. Also, ich glaube... Mehr Pech kann man auch nicht haben, oder? Oh, cool. Hier sind ja Leute. Naja. Gut. Dann würde ich sagen... War's das hier mit der Runde... Minekraft... Tree-Jump. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Immer bewerten. Tschüss. Bis dann.